Zum Abschiedskonzert in die Sommerpause hat die Stadtmusikkapelle Speckbacher Neu-Arzlolympisches Dorf auf die Roma Alm geladen. Trotz nicht idealer Wetterbedingungen lassen sich zahlreiche Wanderer und Musikfreunde das musikalische Ereignis nicht entgehen. Die Musikkapelle mit Kapellmeister Gerhard Piazzoli präsentiert den breiten Spektrum von bekannten Märschen bis zu den schönsten Melodien von Elvis Presley und Abba. Seit 1. Jänner sind Angelika und Claudia die Wirtinnen auf der 1243 Meter hochgelegenen Alm. Das musikalische Programm war eine perfekte Ergänzung zum besonderen Panorama der Roma Alm. Interessantes Detail am Rande, die Roma Alm hat keinen Stromanschluss.